Hallo? Wir können viele reinigen, aber wir wissen, wie Sie Ihre Haut reinigen können. Sie werden mit Blumen im Kopf leben. Es kann sein, dass Sie eine, äh, das ist eine Sünde, aber dafür eine schöne Sünde. Sollen Sie mal? Das ist echt hübsch. Ja. Moment mal, darf ich Ihnen das Salbe geben? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja.